Von Star Wars Science gibt es jetzt den Millennium Falke UV-Lichtlaser. Mit echtem ultravioletten Licht erzeugst du geheimnisvoll glühende Star Wars Laserschlachten an deiner Wand. Zuerst erschaffst du die Kampfszene, indem du mit hellem ultravioletten Licht die Szene belichtest und auf den UV-Screen projizierst. Entferne den Film und enthülle die von dir erschaffene leuchtende Kampfszene. Feuere mit der Millennium Falke echte ultraviolette Laserstrahlen auf die Kampfschiffe, bevor sie verblassen. Du brauchst mehr Gegner? Dann platziere zusätzliche Schiffe aus dem Star Wars Universum in deinem Zimmer für noch mehr Action. Mit dem Lichtlaser kannst du sogar deine eigenen Lichtzeichnungen herstellen. Entdecke die Wissenschaft von Star Wars mit der Millennium Falke UV-Lichtlaser.